99 und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja wir sind hier dabei wenn man auch geldern zu befreien auf eine ja gut dann ist ja wahrscheinlich eher auf der seite der orks und würde uns wahrscheinlich so oder so bekämpfen wollen gehe ich mal von aus schade ich mochte ihn ich mochte ihnen aber schade aber auch du bist der nächste waffe weg mauer nimm rauch komm Waffe weg, oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Du hast es so gewohnt. So. Bis Wochen. Gibt es hier noch irgendwelche Leute, die hier rumstehen? Rumblern? Von denen? Ich glaube, war doch keine gute Idee, hier zu sein. Okay, hier hat es keiner mehr mitbekommen. So. Da sind die 30 Schwefelblocken wieder. So. Watt futtern. Und nochmal Watt futtern. Und speichern. So. Hier ist nur eine Waffe. Lass mal die eine hier weglotsen. Waffe weg, Mara. Einmal mitkommen, bitte, ja? Nemrok ist was Übles passiert. Du musst mitkommen. Ich muss dir das zeigen. Er braucht Hilfe. Komm mit, da. Nemrok ist da vorne. Er braucht Hilfe. Es geht um Nemrok. Der ist da hinten. Hier, Nemrok ist was Übles passiert. Ich weiß nicht, wer das war. Hier ist er doch. So. Ja, okay. Haben wir auch erledigt. So. Einen Moment. Ich bin sofort wieder da, ja? So. Da bin ich wieder. Ja, da war gerade eine Nachricht bei Hill im Stream. Da muss ich noch mal kurz was als Mod eben machen. Sagen wir mal so. Aber, na, da bin ich jetzt wieder. Und, ähm, ja, äh, mal gucken. Wen kriegen wir als nächstes rausgelockt? Inio, oder? Waffe weg! Ja, mach, dass du wegkommst! Die Waffe weg, Mara, sofort! So, es sind ja hier nicht mehr so viele. Du hast es so gewollt! Es wird ja auch schon wieder dunkel, sehe ich gerade. So. Kommt der? Oder steckt er jetzt die Waffe weg? Nee, der kommt. Das Schöne ist, hier vorne ist jetzt keiner mehr. Das heißt, ich kann hier die alle ausschalten. Ohne das gleiche Krieg. Ach, Gembob! Der nächste mit dem Namen. So. Komm, dann den nächsten. Einmal Speicher. So, einmal ganz kurz gucken. So, ist der hier jetzt der nächste, oder? Oben dürfte jetzt keiner mehr sein, oder? Hier ist keiner mehr, okay. Nur noch da vorne der eine Org, der hier drunter irgendwo ist. Und da hinten war doch noch ein etwas anderer Org, oder? Hier oben gibt es sonst gar keinen mehr. So. Weg mit der Waffe! Ja, mach, dass du wegkommst! Ich will nur den Org. Weg damit! Was ist das jetzt von dem Sklaven da, das Problem? Jo. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist jetzt von dem Sklaven da, das Problem? Also, jetzt kommt der Sklaven da wieder. Jetzt muss ich wirklich so weit rausgehen. Ich hoffe, der Sklave lässt mich jetzt in Ruhe. Ich speichere noch einmal. Der ist... Warum ist der mir gegenüber... Hä? Das gibt doch nur wieder Ärger. Hier, diesen... Was ist von dem einen Sklaven das Problem? Klar, darfst gut reden. Der eine ist aber auch mich. Wegen der Waffe. So. Hier ist aber keiner mehr. Okay. Waffe weg! Hulak. Die Waffe weg, Mora! Du hast es sogar gewollt. So, Kulak einmal mitkommen. Wir kämpfen gleich hier vorne, ja? So. So. Dann haben wir ihn auch noch. So. Und wo ist sein Schwert da? Nein, nicht die Bank. Frisch war doch wollte ich. So. Wer fehlt denn noch? Ich glaube, nur noch der hier. Ja, verschwinde von hier! Können die Sklaven mal gehen? Waffe weg, Mora! So, Agenak. Dich will ich. Nur dich! Waffe weg, oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren! Du hast es so gewollt! So. Den können wir bis hier vorne irgendwo hinlotsen. Es dürften jetzt aber auch nicht mehr allzu viele Orks übrig sein, ne? Oh, oh, oh! Ah, oh! Und so. Agenak haben wir auch erledigt. Perfekt. Speichern. Und dann... Gucken wir mal da vorne. Ob hier vielleicht doch noch irgendwo einer ist. Vielleicht da drinnen? Gab es da drinnen auch noch welche? Das mit der Musik, das stört mich gerade ein bisschen, dass das so verzögert kommt. So, hier sehe ich jetzt nur Sklaven. Ich würde das gar nicht beachten. Oh, ich würde das tun. Auch so. Waffe weg! Ja, mach das du weg! Sturm! Endlich die scheiß Waffe weg! Ja, komm! Ganz wie du willst! Das wird ein bisschen längerer Weg. Den hier rauslotsen. So, können wir den komplett hier... Äh... Okay, der fängt an, äh... ...zu fliegen. Was auch immer sein Problem jetzt ist. So. Den Piloten sollten an, den muss ich da irgendwie rauskriegen. So, wie sieht's aus, sobald ich hier draußen ist? Wie weit in die Lüfte fliegt der dann? Ich glaub, der ist hinüber. Ach, der ist komplett hinüber. Der bleibt da in der Luft. Äh, lag da noch was? Ein Pfeil? So, einen Söldner gibt es hier noch. Wo ist denn der Söldner? Sklave, bitte gehen. Du solltest jetzt gehen. Gibt es hier noch mehr Söldner? Kirche Wölfe? Das war es dann wohl. Was ist jetzt mit dem Söldner? Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. So, auch Söldner. Waffe weg! Steck endlich die scheiß Waffe weg! Ganz wie du willst! Äh, so, kommst du runter? So, ich sehe hier keinen Sklaven, keine Zeugen. So, hier wird wahrscheinlich keiner mehr Probleme machen. Und wieder da am Fliegen ist unglaublich. So, wir kriegen beide noch Ärger. Ich glaube nicht, Hamil. Also, den Ärger, den du meinst, bin ich ja gerade dabei zu beseitigen. Also, zumindest die Orks beseitigen. Hier auf der Seite einer? Nö. Hier ist sonst keiner? Okay. Also nur er. Waffe weg! Oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren! Ja, bitte! Komm hier vorne! Hier vorne, komm! So, wer hat da geschossen? Äh, Laris? Das waren meine Punkte, Laris. Was soll das? Laris, das fand ich jetzt doof von dir. Das fand ich jetzt richtig doof. Dann gehen wir mit dem Nächsten gleich in die andere Richtung. Also, wir gehen nicht in die Richtung von Laris, sondern hier hinten. Komm her! Also, wir gehen nicht in die Richtung von Laris, sondern hier hinten. Also, okay, die Sklaven sagen auch gar nichts, wenn man die Orks hier tötet. So, einmal kurz speichern. Und den Nächsten rauslocken. Weg mit der Waffe! Wie die anderen da kurz reagieren und dann wieder wegstecken, weil ich einfach dafür zu weit weg bin. Bleib stehen, Morra! So, hier können wir kämpfen, ja? So, den haben wir auch erledigt. So, nochmal was schnabulieren. Komm, nochmal speichern und dann den Nächsten. So, ist jetzt nur die Frage, wer von denen kommt dann gleich hier? Komm, kommst du? Die Waffe weg, Morra! Sofort! Du hast es so gewollt! Bleib stehen, Morra! Einmal mitkommen, ja? Ah, es ist ein einfacher Krieger, okay. Woher geht es so? Oh, ich glaube, ich bin doch nicht. Aber ich bin schon wieder hier rausgezogen. Oh, ich bin nicht. Ähm. So. Aus dem Verkehr gezogen. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Mit Geldern regnet es oft. Ich habe so ein Gefühl. Noch ein normaler Krieger. Also auch Krieger. Die Waffe weg, Mora. Sofort. Du hast es so gewollt. Bleib stehen, Mora. So. Ich wollte... Wollte er mich angreifen da hinten? Peratur? Ich hoffe nicht. So. Wie viele Skipsen hier, die hier rummarschieren? So. Waffe weg. Ja, Mora. Weg mit dir. Die Waffe weg, Mora. Super. Du hast es so gewollt. So. Einmal mitkommen. Und hier. Hier können wir uns kloppen. So. Da. 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 So. Und. Bleibt dran. So, so viele Orks dürfen jetzt aber auch nicht mehr übrig sein. Gehe ich mal von aus. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, wie viel hier noch Wache laufen. Weg mit der Waffe! Weg damit! Ganz wie du willst, Mora. So, das ist ein ganz normaler Krieger jetzt. Bleib stehen, Mora! Komm mit, Mora. Äh, ne. Mora ist Mensch. Ähm. Was war nochmal der orkische Begriff zu Ork? So. 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 Und. So. Nochmal was futtern. Waffe weg, Mora! Waffe weg! Da sind ja immer noch Weltenviele. Das sind immer noch sehr viele hier. Stehen bleiben, Mora! So, kommst du? Damit wir uns kloppen können. So. Und so. Hier ist jetzt keiner. Sag nicht, wechseln die sich auch immer wirklich ab, wer mal dahin geht oder so. Und wer mal da reingeht und alles. Waffe weg, Mora! Waffe weg oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren! Du hast es so gewollt! So. Stehen bleiben, Mora! Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So. Da bin ich wieder. Ähm. Ja. Sorry. Für die kleine Unterbrechung. Aber da war wieder ein kleiner Notfall. Bei Hail and Spoon. So. Und da musste ich wieder kurz reagieren. Aber. Ich bin wieder da. Ich darf nicht mehr moderieren und selber aufnehmen und zugleich. Ansonsten kommen da immer wieder diese Katzen. So. Und. So. Und wieder was futtern. Ich glaube, hier können wir jetzt speichern, ne? Äh. Speichern, habe ich gesagt. Was sind die letzten beiden von den Waffen? Ich hoffe. Die möchte ich gerne zum Schluss machen. Vielleicht werden die Schamanen da drin, die Wierigen sein. Bleib stehen, Mora! Findet er seinen Weg runter? So. 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 Und weg mit dem. Ja, Mann. So. Dann dürfte da jetzt nur noch einer sein, glaube ich. So. So. Verdammt, Mora. Was ist los? Verdammt, Mora. Weg mit dem Waffen. Was ist los? Oder ist er. Okay, die gehen schlafen. Ganz wie du willst, Mora. Hier gibt es gar keinen mehr. Das ist der letzte. Okay, das ist jetzt wirklich der letzte. Ähm. Einmal herkommen. Ah. So. Alle erledigt. Dann sind das wirklich nur noch die drei Schamanen und der Chef selber. Der Anführer. Mal gucken, wie ich das jetzt anstelle mit denen. Habe ich gespeichert? Ich hoffe, ich speichere noch einmal. Nur um sicher zu gehen, dass ich gespeichert habe. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken, Mora. Waffe weg oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Einmal mitkommen, bitte. Du hast es so gewollt. So. Einmal bitte mitkommen, ja? Okay, jetzt kommen die alle. Jetzt haben wir ein Problem. So. die musik hört jetzt nicht auf jetzt habe ich ihn voller schlucken okay erst einmal wieder laden erst einmal wieder laden seit keine ahnung so muss ich dann mit denen schlauer machen weil das sind jetzt gleich drei schamane auf einschlag obwohl wenn ich die drei ich hoffe du hast einen guten grund mich zu wecken so jetzt kommt er mit eis ich muss den von hier raus locken weit weg locken so ok das hat gepunst nochmal speichern vielleicht mal was essen noch ein fleischwanze dazu und den nächsten was ist los so da kann ich nicht durch die band das ist das ist schon mal gut der versucht aber durch die band okay der kommt auch noch dazu so der ist aus dem verkehr gezogen und der ist aus dem verkehr gezogen so holzverlag nehme ich mal mit der hat gar nichts mehr gut das können wir speichern dann ist wirklich nur noch der eine da haben wir alle hier gelesen uninteressant magierstall brot nein nicht der hocker banane brot schinken weifel gold nehmen wir alles mit hier steht nichts neues hier steht nichts neues gewesen silber pokal klar dass die alle jetzt nicht nutzen kann weil ich keine lichtliche habe so speichern belastet du blut das war du so du 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 So, nehmen wir mit. Auch alles mitnehmen. So, was war da? So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Einen Topf nehmen wir auch mit. Klar, dass wir den Schild dann nicht mitnehmen. Hier steht nichts Neues. Das kenne ich schon. Wird nicht hier was Neues? Uninteressant. Ja gut. Hier haben wir ja alles mitgenommen. Warte mal. Nehme ich auch mal mit. Die Orangentun leere ich mal alle aus. Dietrich. So, jetzt habe ich aber keine Dietrich mehr. Oder den richtigen Schlüssel. So, warte mal. Dann. Kann ich das nicht öffnen? Wie viel Mana braucht das Ding? Mana kosten 180. Wie viel Mana habe ich? 150. Ah, okay. Ja gut. Kann ich nicht mal nutzen. Dann habe ich halt Pech gehabt. Ich muss die Truhen suchen, die vielleicht nur so aufgehen, die orange sind. Die haben hier keine. Aber die hier zum Beispiel. So, Schwerken statt Tulle. Das war das. Gebratenes Fleisch. Perfekt. So, gab es hier noch Truhen. So, das nehmen wir mit. Hier noch eine Truhe. Ja, hier gab es eine. So, Fallschild. So, komm ich da ran. Und noch Gold. Oder warte. Ja. Komm da ran. Birne, Wein, Brot. Da komm ich ran. Und da komm ich noch ran. Perfekt. Alles muss mitgenommen werden. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, und das nehmen wir auch mit. Nochmal viel Gold. Perfekt. So, ähm... So, ähm... Hier steht nichts Neues. Gold, Münze, Gold, Münze. Mahnabgang, Halbgang. So, das nehmen wir auch mit. So, aber der ist jetzt verbündet. Perfekt. So, Schatulle. So, Schatulle. Was haben wir da in der Truhe drinne? Hier haben wir noch eine Truhe. Perfekt. So, hier haben wir noch eine Truhe. Hier war der... Äh, die sieben Alten. Wie konnte ich den hier nicht gesehen haben? Jetzt ernsthaft. Dass er gleich hier war. Der siebte. Für wen war denn das? Ähm... Ne, äh, hier, äh... Wo war denn das? Die sieben Altenringe? Für Jared. Ich kann die Pest nicht mehr abschließen. Äh... Geldern ist befreit. Geldern ist befreit. Du machst mal wieder einen riesigen Wirbel. Die Orks in den anderen Städten werden sich das nicht bieten lassen. Das lässt mal meine Sorge sein. Naja, du wirst schon wissen, was du tust. Nice. So, wie viel haben wir? Zwölf immer noch. So, Rennweg. Wer mag uns jetzt? Okay. Wie sieht es hier oben aus? Mag er uns jetzt? Okay. 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 Ich werde ihn vermissen. So, apropos. Wir haben ja wieder Fläschchen. Ich habe da irgendetwas gehört. Ich habe da irgendetwas gehört. Irgendetwas komisches. Hier nehme ich alles mal mit. So, auch mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen. Und mitnehmen. So. Ja, aber was wollen die Orks machen, ne? In den großen Städten, wenn das hier jetzt... Also in den anderen Städten. Hier haben wir schon gelootet. Ah, es ist hell. Perfekt. So, hier. Haben wir schon alles. So. So, was ist dann mit denen? Müssen die Autos befreit werden? Ich speichere vielleicht nochmal, weil wir jetzt befreit haben. Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. Auf damit. Du wagst es mit. Da. So. Weg mit euch beiden. Die nehmen wir auch noch mit. Pushtarach. So, mein kleines Payer. so ist jetzt auch feindlich gewesen dass wir konnten jetzt töten ich muss arbeiten so eine arbeit müsste jetzt gar nicht mehr ihr seid frei ihr dürft jetzt mal urlaub machen sei euch gegönnt so dann hatten wir hier irgendwo noch eine mine wo kommst du denn her wo kam der denn her fliege na komm her mein kleiner wildschwein oder ripper sieht für mich nach wildschwein aus nehme ich alles mit und noch mal was snacken gleich drei stück ich gehe mal an dem vorbei erst mal ich habe gerade erst mal noch nicht kämpfen ist das die wolfshöhle ja das müsste die wolfshöhle sein okay die sind nicht mehr da das waren urvieh glaube ich da unten oder nein zwei trolle okay die sind auch nicht mehr da doch die sind noch da oben na komm ich bin hoch da außen zeigt mir deine ware zeig mir deine ware so 14.000 hätte er und das darf er haben den bastardschwert und hier die schwerter dafür haben das darf er haben den knüppel kommt das darf er haben die sechs darf er haben können das darf er haben das so alter wir haben so viele org waffen im inventar so ein bisschen können wir noch andrehen ich würde ihm aber die eher wertlosen sachen andrehen so rostige streitachse darf er noch haben wenn noch 79 war sie ok den ja komm passt ich glaube das war es dann wohl hier den kann mit denen kann ich jetzt nichts machen da sind die ripper wieder und hier sind wahrscheinlich wieder die ogre so geldern haben wir auch befreit was ist das da und stöcke so gehen wir noch mal dahin und gucken wie die rebellen das da wieder alles schön einrichten sagen wir so oder die waldläufer weißt du vielleicht von waldläufer an die stadt wollen die waldläufer das hier haben da ist ein rebellen hier so aber wir gehen mal zu den waldläufern und sagen bescheid hier wohl dahinten will ich dich jetzt gerne wissen wie das aussieht wie das ist und ihm hier ich habe mir deine wahre ich hatte 17.000 ja nice so das gibt 9000 das 13.000 das 15.000 perfekt so dann die dinger mal gucken ok kann ich einen davon noch ver- ne zwei nein das ist einer zu viel ok oder das ist auch wieder einer zu viel so irgendwas anderes vielleicht die dinger baue ich heute nicht so da passt so wie sieht es mit dem ein typen hier aus das eigentlich ach der heißt nur der welt ist der eine typisch weg oder wie der letzte scheiß ok so also wir haben jetzt der kaputt und herr zähl es geldern sind brager lago wenn er ein menschler bacharisch morassul und ist da befreit und gota gota halt aus jetzt fehlt noch faring und bengar und halt der norden und da müssen wir noch xaras finden das ist jetzt nur die frage und wann ich höre hier die ganze zeit wird die frage die ich mir jetzt aber stelle ist wann finden wir xaras so waldläufer waldläufer da drin war der scheffe ich habe geldern befreit ich habe geldern befreit das ist beweis genug für mich dir zu vertrauen hier nimm den droiden stein des snappers möge er dir gute dienste leisten entscheidend wirst du mich im kampf unterrichten zeigt mir deine ware der geld perfekt so dann drehen wie das hier noch an hier die ganzen orc waffen darfst du haben das hier das das die dinger darfst du auch noch haben so 1 2 3 ok das hat noch gepasst dann den hier ja jetzt hat er noch 42 bison feld wäre genau 42 aber den brauchen wir gold pokale die brauchen wir nicht so der seltsame pilz wieder mal der seltsame pilz wieder mal ich höre hier snapper da na mein kleiner also da ist noch einer so so wie sieht es aus wir haben aber immer noch nicht genug für die nächste stufe ok das heißt wir müssen noch ein bisschen grinden aber ich würde sagen wir machen es hier eigentlich dann doch in der nächsten folge weiter und vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin euer max leos und ciao ein k